In der letzten Folge habe ich ja diese ganzen Achievements hier gemacht und heute werden wir gucken, dass wir davon noch ein paar mehr abschließen. Und ich würde sagen, wir treffen mal alle Vorbereitungen für die Blitz-Achievements, denn dafür müssen wir auf dem Gewitter warten. Und wenn das mal kommt, wollen wir das natürlich auch nutzen. Da hätten wir einmal die Lightning Rod. Das Problem ist, wir brauchen nicht nur eine Lightning Rod, sondern auch einen Trident. Also würde ich es mal sagen. Gucken wir, dass wir den holen. Ich würde sagen, wir gehen mal erkunden und suchen eine Ocean Ruin oder sowas ähnliches, wo man halt das Ding hier verwenden kann. Yo, Digga, wie viele Schildkröten? Holy moly. Shipwreck. Yippie. Und weiter geht's. Oh, da ist die erste. Maybe Leute mit einem Trident hier. Hallo? Du hast eine Angel, Digga. Was willst du nur mit einer Angel? Was kriegen wir das erste Mal? Was ist das? Bro, lass mich doch mal hier putzen. Sonst macht es ja keiner. Bro, es ist Kohle, Digga. Willst du mich doch verarschen. Emerald. Nimm mich mit, I guess. Ja, hier noch eine. Weizen, Digga. Weizen, Alter. Oh, ein Dorf. Da hinten. Ja, ja, ja. Das ist doch, das ist doch Ocean Ruin. Right? Nee, das... Bro. Ruin Portal. Mit einem Shipwreck nebendran, Digga. Soll ich mal ein Elder Guardian fighten? Ja, komm, scheiß drauf. Lass mal zu dem Guardian da rein. Mal Hallo sagen. Moin. Ah, du bist nicht der Guardian. Also nicht der Elder Dude. Ah, er ist der Elder Dude. Warte mal, ich hab aber keine Tür dabei. Das ist super, Pimma. Dann krieg ich nämlich keine Luft. Ähm... Ich glaub, ich bräuchte ne Tür, wenn ich das machen will. Oh, was ist das? Warte mal, Hang on. Hä? Wie ist der Baum weg? No way. Das ist meine Spawn Island. Digga, hier bin ich gespawnt. Oh mein Gott. Alter, krass. Bro, das ist crazy. Ich find ja gar nix. Summe, ich will erst mal wieder zurück. Yo. Lol, Digga. Warum ist da ne Woodland Mention? Wir halten fest, das war nix. Hierfür können wir in der Woodland Mention mal nach dem Wex-Armor-Trim suchen. Da ist er. Oh, das sieht cool aus. Lol. Enderman hatte ich hier jetzt nicht erwartet. Yo. Der gibt's hier keine Kiste, ey. Oh, was ist das? Oh, Secret. Let's go. Schade. Die Leine nehm ich mal lieber mit. Die könnte noch nützlich werden. Oh. Goldener Apfel. Nice. Yo. Den kenn ich nicht, den Raum. Seit wann bauen die hier Melonen an, hä? Oh. Da haben wir schon mal eine Kiste übersehen. Zwei. Ei, ei, ei. Scharpen ist fünf, Digga. Hab ich leider schon, aber sonst wär das echt strong. OP-Gap. Oh mein Gott, Digga. Bro, das ist die erste Mention, die ich durchsuche, ne? Mention, was die GHG sieht. Das würde mir stinken, wenn ich da zwölf oder so durchsuchen muss. Ich will eigentlich gar keinen OP-Gap, sondern einfach nur den Armhautschirm. Ich fürchte, wir finden hier nicht das, was wir wollen. Aber ich hab einen OP-Gap. So, dann gucken wir mal, ob das einfach so ist. Ha. Okay, gut. Easy. Na, Bro, hab ich das Ding jetzt kaputt gemacht? Kann man das nicht abbauen? Alright, dann suchen wir mal einen Deep Dark. Mal gucken, ob hier was ist. Yo. Alter, ich fliege gerade random übers Meer und versuche, was zu finden. Digga, komm, das muss Glück bringen. Hier buddeln wir uns runter. Aha. Wir haben eine Höhle. Oh mein Gott, hier ist eine Riesenhöhle. Oh, die ist. Okay, ich gehe mal lieber durch den Nether wieder zurück. Hier sollte safe ein Deep Dark drunter sein, weil da sind hohe Schneeberge. Nevermind, das war wohl die Wüste. Ja, ja, da, Digga. Wenn da kein Deep Dark drunter ist, ey. Digga, dann gibt's das in meiner Welt einfach nicht. Oh mein Gott. Bro, was ist das? Was ist das? Digga, ist das alles? For real? Digga, du willst mich doch verarschen, ey. Ich hoffe mal, dass in dem Ananas noch mehr ist, Digga, sonst flippe ich aus. Digga, wenn hier jetzt nichts ist. Oh Gott, ja. Ja, 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 ja. Yes, 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 yes. Okay, nice, da haben wir das Erste. Oh, hier kann ein Warden spawnen, okay. Wir both spammen jetzt einfach den Warden. Oh, da ist er. Let's go. Oh mein Gott, Digga, da hab ich 2 in 1 gemacht, Alter. Weil dann haben wir jetzt It Spreads. Und hier fehlen auch nur noch 5 Monster. Ich frag mich, welche das sind. Warte mal, ist das hier nicht auch... Meadow? Hang on. Make the Meadows come alive with the sound of a music from a... Ähm. Geil, Digga. Das können wir hier machen. Nice. Warte mal, hang on. Ich kann den doch einfach... Bro. So krieg ich doch easy den Zoglin. Ja, er ist durch, endlich. Da ist er. Der Hoglin. Let's go. Ja, 4 Monster fehlen noch. Nice. Boom. Sound of music, Digga, nice one. Ich muss wohl erst meine Elytra reparieren. Was ist jetzt los? Ah, Wolke. Alright, das ist dann hier die Plattform. Warte mal, kann das sein, dass man den Villager gerade absäuft? Äh, das ist nicht gut. Wups. Das war's mit ihm. Let's go. Star Trader abgeschlossen. Kein Plan, was wir jetzt mit diesem Turm und dem Villager oben machen sollen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Denn das war's erstmal mit dem Video. Das hier ist jetzt mein aktueller Fortschritt. Und dann erstmal... Ciao.